Also hier ist die Cascade de Limon, El Limon Cascade. Ich mache einen Film, da sage ich, wir sind hier in der Cascade El Limon. Das ist sehr glücklich. Das ist sehr glücklich. Das ist sehr glücklich, die Natur. Das ist sehr glücklich. Das ist sehr glücklich. Das ist sehr glücklich. Cascade El Limon, Samana, República Dominica. Das ist der 21.12. Das ist das glücklich. Das ist das glücklich. Das ist 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 glücklich. Das glücklich. Das glücklich.